Hallo, Sahafiko. Heute gibt es ein wichtiges Wort. Sehr wichtig. Laut, lauter. Laut, lauter. Lauter, lauter. Ich bin laut, ich bin lauter. Okay. Aber in der Kälte, die Ausstattung, die Ausstattung, nicht solle. Und das ist eine Ausstattung. Das ist ein Lauter Bus. Okay? Also in der Buss, die Ausstattung, eine Ausstattung, eine Ausstattung. Ein Lauter Bus. Laut? Ja oder Laut? Okay. Es ist ein sehr guter Sprach. Aber es gibt eine andere Sprach, es gibt eine sehr viel Sprach. Die Lehrer haben diese Sprach nicht gewusst. Und heute haben wir das Thema gemacht. Und so wie heute, wir wollen das Video über das Video. Jetzt. Ich habe sehr viel Pikel auf der Stirn. 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 Er hat sehr viele Probleme. Jetzt haben wir viele Kollegen im Stift. Heute waren es sehr komische Leute in der Bahn. Wir kennen uns im Stift. Wir haben die Dinge bacteriegeavi. Hier haben wir viele Leute im Stift. Warum sind die Leute in der Bahn? Warum liegen da lauter Stifte? Warum liegen da lauter Stifte? Warum liegen da lauter Stifte? Auch wir haben heute lauter Videos gemacht. Wir haben viele Videos gemacht heute. Wenn ihr diese Kälte hört, dann könnt ihr euch mit ihnen ein bisschen und nicht so gut. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis dann. Tschüss.